Hallo Leute, Servus, Guten Morgen, Grüezi und Grüß Gott zu einem neuen Video von Deutsch Global. Heute haben wir für euch ein Hörverstehen ausgesucht und zwar für ein Niveau, das zwischen A2 und B1 liegt. Die Lösungen findet ihr wie immer am Ende des Videos. Und jetzt viel Erfolg! Sie hören vier Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es zwei Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen. Beispiel Hat jemand noch ein Thema? Ja, ich. Ja, Herr Rothgerber. Da ich mit meinen Kindern die Ferien planen muss, würde ich gerne meinen Urlaubsantrag bald abgeben. Nummer 10 und 11 Hallo Frau Mayboom, setzen Sie sich doch. Danke. So, Sie sind ja zur Berufsberatung hier. Haben Sie denn auch eigene Fragen mitgebracht oder soll ich Sie erst mal über ein paar Berufe informieren? Naja, ich würde ja eigentlich gern Verkäuferin werden oder Friseurin oder sowas. Aber irgendwie finde ich es blöd, dass das alle machen wollen. Vielleicht gibt es ja auch noch ein paar andere Berufe, die mir Spaß machen könnten. Wie sieht es denn aus mit was Technischem? Können Sie sich so etwas vorstellen? Technik? Ach, ich weiß nicht. Naja, ich bin ganz geschickt mit den Händen, glaube ich. Und Technik finde ich auch spannend. Aber so einen reinen Männerberuf finde ich irgendwie schon komisch. Aber wieso denn? Wenn Sie etwas können, sollten Sie das unbedingt nutzen. Ich gebe Ihnen mal Informationsmaterial zu ein paar Berufen mit. Nummer zwölf und dreizehn Schönen guten Tag, Frau Battili. Sie wollen also bei uns ein Konto eröffnen? Ja, genau. Da muss ich Sie fragen, sind Sie denn schon volljährig? Nee, ich werde erst nächstes Jahr 18. Aber ich verdiene ja schon was in meiner Ausbildung. Und da wollte ich ein eigenes Konto haben. Ja, klar, das verstehe ich. Da haben wir hier ein Formular zur Kontoeröffnung. Da müssten allerdings dann auch Ihre Eltern unterschreiben. Wie? Beide Eltern? Reicht nicht die Unterschrift von meiner Mutter? Meine Eltern sind schon ganz lange geschieden. Und mein Vater wohnt auch in einer anderen Stadt. Ja, das tut mir leid. Aber das geht wirklich nicht anders. Wir brauchen beide Unterschriften. Dann müssten Sie halt Ihrem Vater das Formular schicken, damit er unterschreibt. Na gut, wenn's gar nicht anders geht. Julia Seifert? Tag, Julia. Tanja hier. Äh, du, sag mal, ich will mir doch endlich auch mal eine E-Mail-Adresse zulegen. Und du meintest doch kürzlich, da könntest du mir helfen. Na, du weißt ja, ich bin nicht gerade fit, was Computer angeht. Ja, klar. Du, das ist völlig leicht. Ein paar Klicks und du hast deine Adresse. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Ach, super. Wann hättest du denn Zeit? Also, heute ist es ganz schlecht. Da muss ich mal wieder auf meine kleine Schwester aufpassen. Aber wie wär's denn morgen Nachmittag? Ja, gut. Wann denn? Ist vier okay? Ja. Gut. Dann komm ich morgen um vier bei dir vorbei. Bestens. Dann bis dann. Tag, Michael. Lange nicht gesehen. Wie geht's denn so? Hallo, Jasmin. Ach, mir geht's nicht schlecht, aber auch nicht so richtig gut. Irgendwie stresst mich meine Ausbildung grad ziemlich. Mensch, wie wär's denn dann mit ein bisschen Musik? Ich geh mit ein paar Leuten zum Konzert von Wir sind Helden. Hast du nicht Lust mitzukommen? Das ist am Samstag. Na ja, wir sind Helden. Das ist nicht gerade meine Lieblingsgruppe. Aber mal wieder ein Konzert mit ein paar netten Leuten, das fänd ich schon gut. Das Beste dabei ist, meine Kollegin hatte zwei Freikarten. Und die hat sie mir einfach so umsonst gegeben. Normalerweise kosten die 30 Euro. Ja, das ist ja toll. Dann komm ich natürlich mit. Schön. Dann machen wir am besten schon mal einen Treffpunkt aus. Hören Teil 4 Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oder mit anderen in einer Wohngemeinschaft? Wohnformen sind so vielfältig wie ihre Bewohner. Wie wohnt ihr am liebsten? Das ist unser Thema im Hörerforum am Mittag. Wir haben ein paar Meinungen gesammelt. Beispiel Also nach der Schule habe ich zuerst mit Freunden zusammengewohnt, in einer Wohngemeinschaft. Aber das war nicht einfach. Nie war was Vernünftiges im Kühlschrank. Die Küche sah aus wie, naja, wir hatten Putzpläne, aber keiner hat sich daran gehalten. Zehn Monate habe ich es da ausgehalten und dann war Schluss. Besser allein, aber glücklich, habe ich mir gesagt. Zurzeit habe ich eine kleine Wohnung, eineinhalb Zimmer mit Küche. Da muss ich mit keinem mehr diskutieren, wer was sauber macht oder einkauft. Super! Nummer 18 Endlich auf eigenen Füßen stehen, das war mein Ziel. Ich habe zuerst mit verschiedenen Freunden zusammengewohnt, bis ich mit meinen beiden besten Freundinnen eine Wohnung gefunden habe. Jetzt ist es richtig toll. Ich finde es auch schön, nicht allein zu sein, wenn ich nach Hause komme. Da ist die Wohngemeinschaft schon die beste Möglichkeit. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, so zu wohnen. Man muss mit den anderen klare Regeln finden. Dann funktioniert es gut. Nummer 19 Es gibt ja immer mehr alte Leute, die allein sind und nicht ins Heim wollen. So wie ich. Deshalb wohne ich in dem Projekt Jung und Alt unter einem Dach. Das Haus gehört eigentlich Albert, er ist 74. Außerdem wohnen da noch zwei Studenten, eine junge Mutter mit Kind und eben ich. Für die Jungen ist der Wohnraum billig. Dafür helfen sie uns. Mit dem Einkaufen und Kochen. Oder wenn wir mal mit dem Auto wohin müssen. Alle haben was davon. Das ist schön. Nummer 20 Ja, sowas wie uns gibt es hier in Deutschland eigentlich kaum noch. Wir leben mit drei Generationen in einem Haus. Meine Schwiegereltern wohnen oben und wir, also mein Mann und unsere drei Kinder, wir wohnen im Erdgeschoss. Den Garten hintendran nutzen wir alle gemeinsam. Wo wir herkommen, aus Polen, da ist das noch normal, zumindest auf dem Land. Ich muss sagen, ich fühle mich auch wohl so. Wir verstehen uns gut und wir sind immer füreinander da. So, jetzt sind wir am Ende des Videos angelangt. Wir hoffen, es war erfolgreich für euch. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr Fragen oder Bemerkungen habt. Wir verabschieden uns von euch mit einem Tschüss, Servus, Baba, Uff wieder Lürge. Macht's gut, euer Deutsch Global Team.